Sehr laut. Oh no. Oh no. Oh no. Oh nein. Ich will Spider-Man spielen, aber keinen Bock zu warten, bis ich eine Playstation 5 habe. Was soll ich machen? Soll ich einfach auf Playstation 4 spielen? Ja, spiel doch halt einfach auf Playstation 4. Ich glaube, du erhältst ja ein kostenloses Upgrade, wenn du die 5 hast, ne? Und kannst es dann auf der 5 auch spielen. Oh, die Musik ist so laut bei diesem Game. Lasst mich mal ganz kurz die Musik leiser machen. Äh, jetzt ist die Frage, soll ich die Karten im Stream einblenden? Dann dürft ihr aber irgendwie nicht auf meine... Ja, minimieren wir. Ich habe eh nur ein Screen, ich kann nicht mal eben... Warte, fährt er jetzt wirklich? Nein, er fährt nicht. Er hat wohl gelabert. Nein, hä? Wer denkt das jetzt? Bei Uno kann ich nicht mitmachen. Oh Gott. Oh, die Lautstärke ist, glaube ich, angenehm. Ich glaube, ich kannst du lassen. Ich kann aber auch meine Facecam vor meinen Karten legen. Dann könnt ihr mich weiter betrachten. Oh, wer will das schon? Wir machen erstmal eine klassische Partie, ne? Zu dritt. Oder ist Toda gleich da, Toda? Toda, Tod. Toda, 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 Toda. Ähm. Ja? Der Report hat gerade Erbungen für Phasmophobie gemacht, aber auf dem Bild ist Uno zu sehen. Oh. Stimmt. Hä? Wie tut der denn das? Das ist Uno auf dem PC. Es gibt kein Crossplay. Also du müsstest jetzt dein PC wieder anmachen. Silver Shadow. Ich habe Uno auch für die Switch jetzt sogar zweimal. Aber, äh, ist kaputt. Beide Versionen gehen nicht. Oh, Toda ist da. Sag doch was, Toda. Hä? Soll ich gehen? Nein. Du sollst nur sagen, dass du da bist. Hallo. Bin da. Cool. Dann lass uns spielen. Lass uns ein bisschen Uno spielen. Machen wir Teammodus? Äh, zu spät. Schade. Ich kaufe jetzt Spider-Man mit Bankkarte von meiner Mutter. Okay. Nee, nee, nee. Heute stehe ich nicht wieder auf. Äh, hat jemand eine Einladung bekommen? Der Rolf muss los. Hat jemand eine Einladung bekommen? Nein? Achso, ihr spielt gar nicht, Uno. Muss man sich das auf PC kaufen oder ist das kostenlos? Weil es gibt eine App namens Pokey und dort gibt's alle Spiele. Nein, äh, das ist das offizielle Uno von Ubisoft. Im Ubisoft Launcher muss man sich das kaufen. Für 10 Euro oder so. Rolf, dein Kollege nennt mich Rolf. Wer nennt dich Rolf? Aha. Hulda? Nennst du ihn immer Rolf? Stimmt. Jetzt sind alle da außer Hulda. Hulda? 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 Hallo? Hulda? Ich könnte es mir für die Switch holen. Isa, das Spiel habe ich auf der Switch, aber es funktioniert bei mir online nicht. Es funktioniert einfach nicht. Also es würde dir nichts bringen. Wir können zumindest nicht zusammenspielen. Ich bin, ich glaube, ich sehe voll kaputt aus, Leute. Warum tue ich mir das hier an? Oder warum tue ich euch das an, besser gesagt? Jetzt antwortet Hulda nicht. Huch. Augenringe des Todes? Lädst du mich ein? Da bist du ja. Ich habe dich jetzt schon viermal eingeladen. Ich habe keine Einladung bekommen. Super. Ich habe dich jetzt fünften Mal eingeladen. Ah, da. Okay. Und Huld hat immer noch kein Buch hiebelt. Du bist voll rot um die Augen? Nee, ich glaube, das ist irgendwie so das Licht. Lichteinstellung ist irgendwie komisch heute. Ich glaube, ich muss mein Ding ein bisschen nach rechts packen. Äh, nach links. Ich glaube, hier ist gut. So. Nee. Wieso, lass du? Ja, weil ich weiß, lustig, ob ich nicht liegen darf. Und der Lukas QWQ, Mann, Zoi, gepennen. Herzlich willkommen, Lukas. Zoi. Du musst zuerst schlafen gehen. Okay. Dein Schlafschritt muss. Ich quitte jetzt. Bis dann. Ciao. Vielleicht auch nicht. Okay, sie hat uns rückgelt geämt. Hey, dazwischenlegen. Es geht schon wieder los. Reicht. Es geht schon wieder los. Wie du spielst, Uno? Ja, Fabi, ich habe mir Uno noch mal auf dem PC gekauft. Ja, hast du gemacht, ja. Genau. Weil das Spiel muss einfach supportet werden. Weil das so gut ist. Auf der Switch kann man sich Uno ein zweites Mal runterladen, Fabi. Aber das funktioniert trotzdem nicht. Ich habe jetzt zweimal Uno auf der Switch. Kann ich dir gerne gleich zeigen, wenn du mir nicht glaubst. Ihr habt das noch nie erlebt, dass man ein Spiel zweimal runterladen kann. Wahre Begebenheit. Ich mache Anfechten. Super. Gut, jetzt habe ich sechs gezogen, weil er hatte wirklich kein Rot. Ja, ich habe auch gerade gezogen. Ja, ich weiß. Aber ich wollte nur deine Karten sehen. Und? Welche Karten hatte ich? Viele. Tut mir leid. Ich habe doch gesagt, wir spielen zusammen. Wieso hat Hulda jetzt eigentlich eine goldene Medaille? Weil er Olympiasieger bin. Ja. Ihr habt irgendwie geschummelt, ey. Nein. Toll und ich sind Olympische Sportgymnastik-Sieger. Genau. Bei dem Wettkampf der Frauen. Los, Brauni, du bist mein heldenhafter Held. Oh, süß. Danke dir. Ich krieg so was von aus, Fresse. Hm. Ah. Plus vier. Bitte, Tode. Wieso hast du mich Hulda so sehr? Hulda? Ich hasse dich doch nicht. Er spielt doch mit dir. Da bin ich dabei. Da bist du drin. Die, äh, ja, sechster Runde. Er hat grün. Nee, er blufft nur. Fühl ich ja jetzt nicht so, Hulda. Du bist das nicht. Boah, bist du gemein. Oh no. Hier, ich beschütze dich. Die war eben auch gemein zu mir. Sie hat's verdient. Ja, genau. Hast du dir nicht grün gewünscht? Hat sich ja echt gelohnt für dich. Er hat geblufft, ich wusste. Hier. Jetzt kriegt er grün. Warum spielt ihr ohne Karten tauschen? Äh, weiß ich nicht. Können ja gleich, äh. Keine Ahnung. Wir wechseln immer durch mit den Regeln, Fabi. So, Abwechslung. Ah, IC, Hulda. IC. Bitte. Bitte? Nein, das kannst du doch nicht tun. Doch, jetzt kannst du ziehen. Mach Flip und Karten tauschen. Oh nein, das ist echt heftig. Flip und Karten tauschen. Nee, es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Bei Flip ist Karten tauschen aus. Schade eigentlich. Schade. Ich glaube, bei Flip gibt's, glaube ich, auch gar keine Sieben und Nullen. Äh, gute Frage. Ich glaube, gibt's nicht. Was lege ich? Ich mach das. Mach ich nochmal das. Mehr kann ich gar nicht tun. Och man, der hat einfach gewechselt. Och man, dieser Kiesa Hulda, wieso wechselt der? Es tut mir leid, soll ich alle F4 drücken? Ja. Machst du's wirklich, ne? Nein. Machst du halt wirklich. Mach ich wirklich, ja. Wenn Leute sagen, geh, dann geh ich. Aber sie hat gezogen und sie muss nicht liegen? Nein. Bin verwirrt. Ich probiere keine Hunderkarten. Habe ich das aus? Nee, ne? Oh, da hat's gedreht. Habt ihr eigentlich für ihn gesammelt? Ja. Deswegen drehe ich auch. Dann dreh mal. Trotzdem aufs Rezept, weil jeder mich hat. Mach was. Mach was. Die eine Sekunde ist diese Aktion da. Mach was. Mach jetzt. Nein, nein, nein. Nein, zwei, nein. Nein, zwei, nein. Hä, was, nein? Ist doch schon zu spät. Das ist, das ist immer frech. Nein, alles richtig. Hier bitteschön, besser. Ja. Ich bin zufrieden. Oh, nein, das finde ich gar nicht gut. Braun, drück mal Alt-F4. Dann hast du gewonnen. Als würde ich darauf reinfallen, Live-Gamer. Doch, darauf fällst du rein. Nein. Das fühle ich jetzt mal so gar nicht. Ihr müsst auf Hulda gehen jetzt, ja? Warum? Hör mal auf. Alt-F5? Ja, was ist denn Alt-F5? Probier's aus. Alt-F5. Ressource-Manager. Wie oft, wie oft willst du mir noch Karten eindringen? Ja, drück mal. Oda hat gedreht. Da konnte wer dazwischenlegen. Nee, 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 nee. Doch, doch, doch. Äh, nee, 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 nee. Äh, nee, hä? Nee, 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 nee. Okay, da hat's zweites von der Zweite. Ja, besser ist. Die wird jetzt vielleicht, ja. Alter. As I told you. Oda hat gedreht. Musst dich bei ihm bedanken. Ich bin schuld. Natürlich bist du schuld. Hier, bitteschön. Ja, ich krieg schon 15 Karten, die geht pro Runde. Ja, genau. Hulda hat gedreht. Das ist seine Schrift. Hier, ich dreh mit dich. Frau, die hat gedreht. Die Richtung, das fehlt mir. Jetzt kannst du dich rächen, Hulda. Okay, dann. Oh, nein. Hulda. Und dann wunderst du dich, warum man nicht mit dir spielt. Hulda, du hattest die Chance, dich zu rächen. Hast es aber nicht gemacht. Oh, nein. Was ist das denn jetzt? Oh, haha. Zieh weiter. Aufwand, Hulda. Oh, haha. Ja, ist ihre Schuld. Sie hat mir die Karten gegeben. Oder du. Ja, deine Schuld. Ich habe gar nichts gemacht. Doch. So, hier. Ich, ich, äh. Rette euch alle. Das ist, äh. Oh, okay. Finde ich gut. Es tut mir leid. So ein bisschen. Tut mir nicht so. Vor allen Dingen, man merkt es in der Stimme, dass du grinst. Hm. So eine typische Grinsestimme. Vielleicht. Ach, Mann. Das war jetzt lustig. Oh, mein Gott. Du hast bestimmt Grün, oder? Oh, mein Gott. Was ist passiert? Was habe ich? Ich habe Grün, ja. Ja. Das ist alles Taktik. Danke. Ich habe gewonnen. Ich wusste, auf Zeus ist Verlass. Natürlich. Du sagst Grün, du kriegst Grün. Danke dir. Ach, Mann. Ich ziehe trotzdem, weil ich will noch nicht, dass es vorbei ist. So freundlich. Ja, zieh mal ein bisschen mehr, dann ist es noch freundlicher. Das reicht jetzt aber auch. Ach komm, zieh doch mal alle ein bisschen. Ich habe ja noch nicht genug Karten. Ja, ich habe nicht genug Karten. So, jetzt gewinnt Toda, oder was? Nö. Ich ziehe jetzt auch mal ein bisschen. Ja, du hast eh nicht genug Karten. Mach das mal. Hä? Warum tun sie das? Weiß ich nicht. Wer gewinnt, ist egal. Hauptsache, Brauni verliert. Wer hat das geschrieben? Fabi. Ja, klar. Es kann nur sowas von Fabi kommen. Alle so nett heute zu mir. Ich weiß auch nicht, warum. Ich war echt nett, Freunde. Ja, du warst nett. Du hast dich einfach umgebracht. Du fass mal. Für dich. Oh, Hulda. Das hier mache ich. Alter. Oha. Hast du noch eine Grüne? Ja. Oh, nein. Ich hab mich gewinnen lassen, danke. Gerne. Sind wir jetzt quitt? Nö. Du hast doch 43 Karten auf meinem Gedingst. Hoa. Ja. Wieso seid ihr alle schon so ein hohes Level? Ich bin Level 9. Weil wir süchtig sind. Süchtig sind. Süchtig? Mhm. Weil UNO das beste Spiel der Welt ist. Hier, bitteschön. Ja, merke ich mir. Wir spielen das normale UNO, ne? Voll langweilig. Ja, wir sollten mal alles andere spielen. Können wir ja nächste Runde machen. Ja. Eine Runde, wo ich vielleicht nicht ausgelassen werde. Okay, dann bist du jetzt dran. Du wolltest ja dran sein. cool. Du ziehst einfach sechs Karten freiwillig. Ja, das ist meine Taktik. Oh, danke. Bitte. Taktik geht auch. Darf ich auch? Ja, hast du mich eben auch nicht gelassen. Kommt alles zu, ich bin lehm. Das einde ich dir. Ist halt wirklich so. im Krankenhaus, live-gamer. Machen wir denn da? Ah, zwei Karten, das ist so wenig. Die kannst du noch ein bisschen länger behalten. Oh. Ach, Brauni, ich fühl mit dir. Ja, wow. Nur ein Joke. Okay. Hatte ich Glück. Hast du noch mal Glück? Alle zusammenspielen, außer mit mir. Ja. Oh. Ist jetzt alles wieder gut, Hulda? Nein. Ich mach mal neu auf mit was Neuem. Okay. Was, die maximale Anzahl an Strafe, die gezogen werden kann, sind 16 Karten? Stand da gerade am Ladebildschirm. Ja, weil es auch noch vier Pluser gibt. Ach so. Stimmt auch. Ach so, okay, aber das zählt nicht bei Flip. Da sind es durchaus bei. Ja, 20. Ah ne, oder mehr. Stimmt's. Ist ja auch nur der Regeltext von vor drei Jahren. Aber dieses Flip kann man nicht im Relive spielen, oder? Weil ich hab noch nie solche Karten gesehen. Später. Doch, es gibt nur Ruf. Nein, ich meine im Relive. Ja doch, ich glaub, es gibt Unoflip im Relive. Okay, ich kaufe es mir jetzt auf Amazon. Oder? Ich weiß nicht. Okay, hey, du wachst es mir nicht. hol da, wo bist du hin? Da ist er. Äh, geh mal, wenn du das meinst. Äh, sollst du es? Äh, oh ja. Mhm. Muss ich bereit drücken? Du musst, du musst, äh, joinen. Ist doch genau das gleiche. Ich dachte, das geht einfach los. Kann ich mitmachen, Mal und Leute, wir sind leider voll. Trotzdem herzlich willkommen. Oh, ich spiel mit Hulda, Hulda. Ja, beschreiben das. Ohne, ohne Hauen. Du bist super gut, du fandest das. Ich bin auch gut. Toll, das ist nur, weil wir jetzt im Team sind, heißt das nicht, dass ich dich mag. Was? Wieso bist du so gemein zu mir? Sie hat das alles provoziert. Ich hab gar nichts gemacht. Sie hat den Karten in einem Match haben ziehen lassen. Es war ein Spiel, ja? Ja, ein Spiel, und das war, ein Spiel hat sich in meine Seele gebrannt. Es wird Zeit, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen. Bin ich dran? Solche philosophischen Aussagen jetzt. Klar. Er kommt zu spät wieder an und sagt, ach Hulda, das war Toderschuld, der hat gedreht. Ich hab die Karten zwar gelegt, aber nee, ist so weit. Stimmt schon. Ist nur die Wahrheit. Mhm. Die traurige Wahrheit. Da kann man ja dazwischen liegen. Okay, gut zu wissen. Danke. Bitte. Ich hab dir das Leben gerettet, ach verdammt doch. Ja, hat er. Ja, hat er wirklich. Ich muss ziehen. Oh, falscher Monitor. Das ist... Oh nein. Alles bis auf gelb. Okay. Ich werde mal schlafen gehen. Viel Spaß euch noch. Alles klarer, Kacho. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Alles bis auf gelb? Alles bis auf geld. Nicht gelb. Ach, geld. Äh... Das da. Ja, ich spiel gar nicht mehr mit. Ich muss ja nur noch ziehen. Äh... Live-Gamer, das stimmt nicht mit den Ausländern. Bitte hör auf, sowas hier zu schreiben. Ähm... Ich mach den Move. Dann mach ich... Warum? Äh, na, weil... Guck deine Karten an. Ja, guck deine an. Ja, guck deine an. Ja, guck mal deine an. Ja, guck mal deine an. Wiste? Alles wie geplant. Alles wie geplant. So... Wir ziehen mal. Dann zieh mal. Oh, nein. Nein. Ja, du wolltest es ziehen. Ja, du wolltest es ziehen. Ja. Ablehnen. Ablehnen. Oh, mein Gott. 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 so macht man das alle hochkonzentriert ich bin gemutet habt ihr auch dieses kongo bongo spiel musik ja trommeln oder was was ist das ich hätte anfechten sollen vielleicht ja schau dir meine karten dann kannst du bestimmt merken ich mach den ich bin dumm sorry warum das ist doch nicht dumm versteht nur ich habe nichts gesagt weil sie grün hat dann wechsel ich zu blau oh schade oh schade oh nein ich wusste es wollen wir in die karten gucken ich guck mal in die karten grün und rot oh nein 07 und irgendwas ich mach einfach diesen auch geile karten oh gott oh ja und im rechts das ding habe ich genommen fabi und im rechts das ding das klingt von fabi komplett anders als es eigentlich ist weil es von fabi kommt ja aber das ist nicht böse gemeint weil er sehr oft solche perversen anmerkungen macht sieben da lege ich doch mal das da ich denke an dein uno gleich ne okay danke das danke für jeden fall zwei ziehen bitte hä es war doch nur spaß ich zähl es war doch nur spaß wie spaß bei mir gibt es keinen spaß okay dann machen wir jetzt ernst dann machen wir ernst ich ziehe jetzt sechs die ist drunter mal gewonnen ja ok naja gut ich glaube nicht dass es schlau war ja ok das ist jetzt eh egal aber du kannst ihn anfechten naja das heißt er kriegt noch mehr karten mhm scheiße man aber es ist ja egal wenn wir jetzt fertig sind nein du kannst jetzt ziehen soll es und vielleicht ziehst du was besseres naja no ne ich leg nicht dazwischen das wäre dumm schade ich habe mich geopfert um zu gewinnen aufstieg ich bin jetzt level 10 wollen wir nochmal ich würde gerne noch eine und dann können wir wieder okay alles zweimal so checken was habe ich denn für krasse karten leute ich habe richtig cheater karten das ist ja mal richtig geil oder Hulda was sagen sie ja ich schlafe gut okay Hulda schläft ich schlafe nicht da hat noch jemand eine andere 4 plus also Bauni hat entweder noch eine oder Hulda hat eine ja oder Zeus ja Bauni hat zwei 4 plusse noch wow der hat 3 von 4 in 4 plussen gezogen ich habe 3 von 4 frage ich's von man kann sich auch nicht mehr Glück haben wir haben gewonnen warum hast du dir echt gelb gewünscht guck auf meine karte ja weil ich jetzt schluss mache ist egal was du machst okay so jetzt ändere die Farbe zu gelb oder skippe eins von beiden ja äh achso ich kann nicht anrichten na gut na gut hm ok danke dir übrigens ich hatte nämlich kein blau Zeus ok oh konntest du zwischenlegen nö ne er hat jetzt äh das ding ist äh du musst er hat jetzt eine blau und er hat 2 4 plusse da ist das ding Zeus also äh du musst anfechten eigentlich und taufen ok ja haben sie schon gewonnen weil der Typ äh Glück hat und bei den ersten 7 Karten Lukas schreibt Zeusus geh bitte schlafen werde ich ins Bett geschickt ja einfach dazwischenlegen broni dazwischenlegen achso ich kann einfach dazwischenlegen lol ja wow also wenn man 3 4 plusse bei den ersten 7 Karten zieht kann man unten nichts mehr verlieren ja eben einfach mitten im match lieben genau das grinsen einfach welches grinsen herzlich willkommen broken leben wir jetzt ja ok wir machen mal jetzt äh was hatten wir gerade wir hatten Rayman ne ja Lüni und ich sind immer noch am reden der Lukas du redest mit Lüni gerade? du sagst uns wir sollen schlafen gehen? brauni keine Kopfhörer an den Mund nehmen das ist nicht gesund und kann einen Stromschlag geben ja da hast du recht Partiebeginn wir machen einen Speedtest wer schneller tippen kann ah cool Ron nimmt gerne Dinge in den Mund oh no oh das geilste wir schaffen das zu ich glaube auch wir machen das oh ohne Flip ja das wird lustig wer konnte da dazwischen liegen von euch beiden? ich habe es genau gesehen ah zwei und ja Troll hat nur normale Karten auf der hellen Seite interessant brauni hat nur plus zwei Farbjoker ok ok oh he's mine schön schön boni mhm 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 aha auch macht den play boni den play? mh rolf herbetschen erbeahlt direkt zum Reinog mach uno die konzentration dann un un Ich denke, ich werde gleich den Stream trotzdem ausmachen, Leute. Ja, ne. Äh, was? Oh, Mann. So gemein. Level, Level. Vokaccio ist Level 120. Krass, Vokaccio. Ein, zwei, die acht. Danke. So eine richtige Bombenentschärfende Signale. Nee, für mich wäre man nö, nö, nö. Kann ich? Hm? Oh, Brawny, mach dich bereit, fünf Karten kassiert zu bekommen. Jetzt, äh? Hm. Oh, nein. Ja, was soll ich machen? Ich kann halt nicht blocken. Hm. Alles klar, Bruni. Deine Karten einfach. Krasse Karten gezogen. Hm. Wir machen da da jetzt. Wir chillen mal. Ja, oder machen das. Toda hat einfach eindeutig Karten. Krass. Toda. Toda hatte vorhin 70. Das war echt nicht geil. Ja, das war echt nicht geil. Neu, 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 Switch mal bitte, Lio, auf die andere Seite. Ähm, weil auf der guten Seite... Ah, das meinst du. Ich dachte auf die Farbe. Ja, gut. Das werde ich um jeden Preis verändern. Weil der hat richtig böse Karten, oder? Die sind auf der guten Seite natürlich für harmloser. Ja. Das ist nicht mehr möglich. Ähm. Ist eigentlich egal, was ich lese. Sollte Bruni später eine plus 5 haben, werde ich sie mir reinziehen. Weil Toda wird selber auch eine plus 5 haben. Dann trifft es sich richtig hart. Das ist aber nicht schlimm. Doch, ist es. Nee, einer sollte wenig Karten haben. Ähm. Alter. Ähm. Hö, wo kommt die denn her? Die hab ich ja gar nicht gesehen. Was? Euer Ernst? Sorry, Bruni. Ah, das war lustig. Die haben einfach mehr Glück als Verstand. Total. Also, ja. Wenn's skillig genug ist, okay, Tore. Ja, ich zieh 40 Karten. Ich krieg keine eine. Eine für ein plus. Und ihr kriegt einfach zwei. Alles gut. Wir sind aber Profis. Das kennt ich. Das hätte nicht sein müssen, Bruni. Doch. Ich hätte weit weiterziehen können. Ja, ich auch. Ja, du legst aber. Ja, ach so. Und da hast du dir einfach nur mein Turn und zweites Turn gesehen. Warum ziehst du jetzt? Hä? Ich verstehe gerade deine Logik nicht. Das Ziel des Spiels ist doch, dass einer null Karten hat noch nicht. Ja, aber warum ziehst du? Ja, jetzt switch. Oder auch nicht. Oh, Mist. Ich habe einfach zu schnell. Jetzt aber. Okay. Die harmlose Seite. Hm. Bruni? Ja? Leg was. Okay, danke. Scheiße. So, ich mag die Seite aber nicht. Shit. Wir sind gelaufen. Zoi? Heck. Das ist echt blöd. Ich habe jetzt nicht geguckt, was Zoi hat. Zoi plus. Zoi plus. Grün. Grün. Toda macht 150 IQ-Move und Brauni versteht es nicht. Nee, ich habe nicht darauf geachtet. Schade, Brauni. Aber es ist trotzdem grün. Passt. Er wird wieder Side-Switchen. Ziemlich sicher. Ähm. Toda, du bist dran. Leute, das ist die letzte Runde. Dann mache ich den Stream aus. Man kann halt mit diesen, äh, mit dieser Karte hier kann man immer die Seite umflippen. Wolf muss los. Ich habe neue 36 Karte und ich habe keine 1+. Alles klar. Ich ziehe lieber die 2. Ach, Mann. Ja, das passt. Boah, was? Dein Ernst? Ja, wir haben mehr Glück als Verstand, habe ich ja schon gesagt. Ja. Ja, mehr Glück als Verstand. Ja, genau, toll. Ja. Ja, ja, es ist ja auch so. 353 Karten, keine 5+. Ja. Ja. Oh, no. Boah, nee, wieso? Wieso, wieso nicht? Ich habe ja auch mehr zu gewinnen. Nein, aber warum? Ich verstehe es nicht. Du könntest noch einen Turn machen. Du könntest mit der Karte auch selbst noch einen eigenen Turn machen. Jetzt hast du meinen Turn einfach gelöscht. Ach so. Das macht doch keinen Sinn, die zu legen. Ah, okay, ich verstehe. Oha, war katschum. Oha, war katschum. Do it. Was soll ich nehmen? Äh, nehm nicht blau. Ja, ja. Ja, ja. Viel Spaß mit deinem Iron-Karten. Oha. Oha. Ah rein. Okay. Zoi dann nicht. Oh. Pff. 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 Zoi ist nicht ganz da. Nee, das stimmt. Ich bin noch so ein bisschen am Essen. Am Essen? Was isst du denn? Brot Langweiliges Brot Schön bauen hier Solltest du die Karte? Zoi, halt dich bereit Tust du jetzt erst Abendbrot essen, Zoi? Mh, wieder Wieder? Antrichten, oder? Antrichten, oder? Wieso lernt ihr es nicht? Ich hab 48 Karten Mh, nun Hat jetzt auch nicht viel gebracht Hat jetzt auch nicht viel gebracht Das Spiel wird nie enden, oder? Vermutlich nicht Dauere 2 Ah, oh Andere, aber da Ah, das ist perfekt Bleib so Die Zahl, die sich auf Bier reimt Oh, was ist die hier eben? Oh Hä? Ja, und jetzt? Komm, das ist doch scheiße, ich werd nie wieder dran kommen Oh no Die hier? Also, nein, nicht die Okay Ist auch okay, ne? Alles gut Okay Nimm dir eine Farbe, die wir haben Die gleiche nochmal Weil die so schön ist Und was safe legen, oder? Eine Karte Das wär großartig, wenn da mehr als eine Karte Okay Hä, wie dumm bin ich eigentlich? Wieso hab ich die gelegt, oder? Du hast gesagt, ich soll die Special Karte legen Ich so, hä, warum? Und du so, ja, Special Und ich dachte mir so, ja, hä? Will ich das ziehen? Ach, Mann Ja, okay, das Spiel ist auch komplett auf eurer Seite, alles klar Es ist, es macht keinen Sinn Nein, auch die blaue Special Karte, nicht die weiße Ja, die blaue Special Karte Das ist einfach nur eine normale blaue Karte Kannst du dazwischen legen, bitte? Nein Danke, dass du das nicht gemacht hast Ja, dann hab ich auch gar keinen Bock mehr zu gewinnen Mein Teammate sabotiert mich hier mal Äh, was soll ich machen? Wir haben beide 100 Karten zusammen Die anderen haben 10 So, jetzt kannst du aber dazwischen legen, Bruni Wehe, du verkackst es Äh Wird's angefochten? Macht aber keinen Sinn Eben Ja, willst du noch mehr Karten haben? Ja, es wird jetzt angefochten Dann muss ich noch mehr Karten ziehen Ach so Oh, Mandola Und gleich beim ersten Du hast ein schlimmer Tausch Ja, aber das war ein schlimmer Tausch Weil ich diese gute Karte jetzt wegwerfen musste Okay Dann ist die gute Tarte leider weg Ja, und dann heißt es Ich sabotiere uns Ja? Ich hab keine Durchblick mehr hier Wieso lachst du? Das fühlt Hör auf zu lachen Kannst du die Richtung wechseln, Bruni? Hm Nein Äh, ja, wir müssen flippen, glaub ich Ach so, okay, wir müssen nicht flippen Jetzt pack die Ja genau Mehr Glück als Verstand Mehr Glück als Verstand Nee, nee Weniger Glück als Wieso legst du dazwischen? Oh, zum Glück Hallo? Hulda hätte jetzt 30 Karten ziehen müssen Ja, ich will deine Karten ziehen müssen Mann! Mehr Glück als Verstand Genau Bedank dich beim Game Designer Nein, du hättest 30 Karten ziehen müssen Und was machst du? Ja, bedank dich beim Game Designer Oh nein Nein Es gibt keinen Game Designer Ja, den Game Designer Den gibt's Oh Ich wollte einmal ein Teammate sein, aber Ne, Bruni haut mich direkt um Du warst kein Teammate im Grad Ich wollte aber nicht, dass du meine Karten Ja, ich wusste, ja, 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 ich sehe deine Karten halt auch nicht seit 10 Runden Ja, ich Weil du 66 Karten hast Ja, richtig Ich zieh die ganze Zeit nur auf 5 Plusse, perfekt Ja Und jetzt kriegst du 10 ab Ne, dann krieg ich Hulda 20 Okay So'n Ding ist es So, Stapel ist weg Ist hier Und nichts mehr Jetzt geht meiner Tag nicht auf Ich hab so viele Karten, man, gar keinen Bock mehr Ich hab kein Problem mit ziehen, so Ich zieh jetzt all deine Karten, die du gerade gelegt hast Ey, Mann Wird das Spiel überhaupt noch zu Ende gehen hier? Jetzt zieht halt Bruni all die Karten Aber gut Außer er zieht halt eine Karte und dann ist es vorbei Du kannst mal höher anfechten, glaub ich Bin mir relativ sicher Dass es funktioniert Mhm, funktioniert total gut Dann kannst du halt mehr kaufen Ist doch okay Okay, du gehst eine Karte Ah ja, aha Fair Komplett fair Ja, machen wir das mal Kannst du weitergeben Bruni? Ja, kannst du Also mach's Oh, er weiß Ach so Ja, weil der Time, weil du nicht ziehen musstest Weil da einfach nur in der 3 plus stand und du warst nicht gezogen Ah ja Alter, toll, das Taktik ist einfach nur nervig Ja, euer Glück ist nervig Easy Glück ist nicht Skill-Tode Das Spiel geht um Glück, nicht um Skills, Kollege Ja Ach, knack Hm, ha Hm Die rote Ah, IC, danke Jetzt Wow Kannst echt bei allem dazwischen legen Bei 24 Karten Ja, er hat halt Das halbe Deck hat er Ufff Ja, es geht ja nur so, dass Karten Deswegen wird das Spiel auch nicht enden hier Ja, du musst nur deine Karten loswerden, Bruni Ja, du auch Ich schau dir aber 5 Nee, muss ich nicht Du bist ja gerade auf'n guten Weg Sind nur noch 30, ja Gut 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 Frisch Da konnten wir dazwischen hängen. Interessant. Was ist dein Gameplay? Ja, hat ja auch mit Skill zu tun. Waren deine Worte. Und JFGamer, die raident uns mit vielen Zuschauern. Vielen lieben Dank, aber wir wollen auch gleich ausmachen. Aber wir werden unsere 100.000 Karten nicht los. Oh Mann. Herzlich willkommen. Was habt ihr gezockt? Habt ihr auch Uno gezockt? Ich glaube nicht, oder? Ja, toll, jetzt habe ich nicht gelegt. Ich habe einfach zu viele Karten auf der Hand. Ich will kurz sagen, dass wir alle drei zusammen weniger Karten haben als Tode. Ich glaube auch. Wieder auf der Karten, Boss. Niemand kommt auf meinen Karten vorbei. Wie viele Stunden. Wir haben auch Uno gezockt. Ey, guck mal. 50 Karten hat der Dude. Der Dude. Wieso legst du dazwischen? Das macht keinen Sinn. Doch. Ja, jetzt ziehen die Leute zwei Karten weniger. Ja, wow. Das macht halt sehr viel Sinn. Ja. Macht halt voll Sinn. Jetzt ziehst du nämlich viel mehr. Was? Was? Nein, was ist das? Diese... Oh! Diese blöden Karten. Ja, und jetzt... Diese blöden Karten. Ja, weil du nicht auf mich hörst. Hatten absolut dasselbe Probleme. Es hat einfach kein Ende genommen. Und dann habt ihr einfach irgendwann ausgemacht. Vielleicht sollten wir das auch tun. Ich leg hier gar nichts mehr dazwischen. Oh, schade. Oh, ich hab zwei Einzelplösen gezogen. Wie cool. Ich kann mich nicht zu zweit legen. Und jetzt leg. Ich leg doch. Ja, dann brauchst du 5 Sekunden. Ja, ich hab 100 Karten auf der Hand. 100, ja. Genau. Zahl erstmal durch 19, dann hast du's vielleicht. Ich mein 1,9. Ach, keine Ahnung. Ich kann mit der Matte. Lass mich. Ich zieh. Äh, da. Cool. Man hat ja bei so einer Taktik auch keine Einsicht auf die Flipkarten. Weil sie einfach übereinander stacken und du nix sehen kannst. Ja, das ist die Taktik. Jetzt krieg ich noch mehr Karten, danke. Gerne. Oh, geil. Zwei geile Karten sogar. Geil. Ich leg hier gar nichts mehr dazwischen. Ich lass die Finger davon. Zoi? Ja? Hast du dir mal die Karten angeschaut? Hä? Okay, dann fäch dich an. Ja. Okay, sie hat nur gelb. Sie hat nur gelbe, warte was? Ja, sie wünscht sich grün und ich weiß nicht, warum sie das tut. Na, weil du grün hast scheinbar. Ja, aber sie muss doch mal für sich selber denken. Wieso habe ich keine blaue... Das Spiel ist kacke. Weil jetzt lass mich lagern, komm. Okay, jetzt die alte... GG-Toder. Jetzt. War gut. Geil. Los, Brownie. Attackieren. Hä? Setz Tackle. Fech. Oh nein. Tut mir leid zu sein. Brownie, wieso? Ich will die Karten doch haben. Ich will aber, dass er die Karten hat. Ja, ich auch. Tor, der will nicht, dass die Wunde endet. Hä? Das Ziel ist doch die Karten loszuwerden. Ich darf einmal mehr Karten. Hör bitte auf. Hör bitte auf, mit Absicht zu ziehen. Wo beeinflusse ich denn das Spiel, wenn ich ziehe? Ja, weil du siehst, dass das Spiel dadurch kein Ende nimmt, weil du halt ständig... Du kriegst ständig Zielkarten und so und dadurch ziehen die anderen und das endet so nie. Ich kann aber nur einen angreifen, nicht beide gleichzeitig. Ah. Ja, okay. Sagt der, der es gibt Karten. Der Modus macht halt einfach keinen Sinn dadurch mehr. Okay, die spielen einfach zu zweit. Oh, sie hat ja gelb, ne? Sie hat nur gelb. Ähm. Dir ist klar, dass sie nur gelb hat, ne? Das hab ich dir fünfmal gesagt. Ja. Ich darf nicht reinjumpen. Das Spiel will, dass ich reinjumpe. Jetzt zieht natürlich Hulda, damit er eine Karte bekommt, die mich zerstört. Nein. Oh mein Gott, ich hab's verpennt. Ich Idiot. Wär eh egal gewesen. Ich hätte noch mehr gehabt. Ah, ne. Oh no. Ey, die Röne macht halt echt keinen Sinn. Ne, es macht halt einfach keinen Spaß mehr. Auch der Spaß wurde mir genommen. Anfecht. Ja. Wenn die Leute die ganze Zeit anfechten, kann ich auch nicht dafür, wenn ich die ganze 60 Karten hab. Man, du ziehst dann dauernd mit Absicht. Ja, aber dann sollt ihr euch nicht beschweren, dass ich zwei Karten benutze. Deswegen, wenn du mit Absicht die Spielmechanik abust, dann macht's halt auch keinen Sinn. Ich abuse keine Spielmechanik. Ich versuche, taktisch zu spielen. Weil das Ziel des Spiels ist, dass einer keine Karten mehr hat. Nein, aber wenn du so viele Karten hast, um immer was reinzuwirken, hat's kein Ende mehr. Das hab ich doch die ganze Zeit nie gemacht. Das mach ich jetzt, weil du dich beschwerst. Aber okay, sag's einfach. Oh no. Oh no. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Stream. Guckt, die Bumme bald beendet. Bin jetzt raus. Alles klar, tschaui. Wir machen auch gleich aus. Oder auch nicht. Äh, Dings. Äh, Bidings. Äh, klar. Jetzt zieht sie aber trotzdem. Also, wenn sie dann mehr als zwei zieht, dann hat sie ja nicht reingeschossen. Ja. Das macht eigentlich keinen Sinn so. Ja, sie hätte einfach nicht anfechten müssen. Ich sag's euch die ganze Zeit, aber ihr macht's ja. Also, ihr zieht das Game jetzt selbst noch länger aus. Ich glaub, ich spiel danach nie wieder Flip. Ganz bestimmt. Noob, 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 noob. Ja, vier. Sorry. Ich konnte sie nichts legen. Ja. Eigentlich schon. Deswegen wundert's mich. Warum macht sie nichts? Das weiß ich nicht. Hä? Ich musste zwei ziehen. Nee, ihr hättest anfechten können. Ja, dann hätte ich ganz viele ziehen müssen, oder? Nein, hättest du nicht, weil du hättest... Ach, das ist nicht der dunkle Modus. Stimmt. Sonst sammle ich mir jetzt auch 50 Grad an. Endet einfach nicht mehr. Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Innen nicht dazwischen. Wow. Super. Das ist einfach, äh... Vorbei das Game. Oh nein. Äh, wieso zieht der nur 28? Das macht gar keinen Sinn. Löscht es gleich. Ja. Hier ziehen wir. Das Spiel macht gar keinen Sinn. Ja, er muss 30 ziehen und hat jetzt 28 auf der Hand. Das macht durchaus Sinn. Ja. Okay. Das macht gar keinen Sinn. Zwei. Ja. 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 Ich seh halt deine Karten nicht. Das kann ich verstehen. Ich seh meine Karten auch nicht. Geiles Spiel würde ich mir holen. Ja. Kann ich verstehen, dass die Zuschauer jetzt abgeneigt sind. Oh, das ist eine falsche Karte tut mir leid. Jetzt. Zwei. Oh, ja. Zwei. Bereit halten. Bereit. Bereit halten. Bereit. Was passiert hier? Hä? Bereit halten. Okay, nichts passiert. Hä? Wieso ich denn dazwischenlege? Ja, keine Ahnung. Ich seh deine 38 Karten nicht. Bereit halten. Dämon of Blood, herzlich willkommen. Ehm. Zwei. Hä? Wieso? Ich denk das ist schlecht. Ah. Ihr. Und jetzt? In dem Fall war es doch schlecht. Ne, in dem Fall war es doch schlecht. Es ist halt noch schlecht. Okay, jetzt ist es doch schlecht. Ich muss ziehen. the other one. Ja, nice. Oh. Oh, das ist ein Video wie. Ja. Ich will fahren loswerd. Ich bin nochmal vom Schrein lang. Gut. I guess I will never get off L of the cards. Oh, nein. War ich bereit halten? Weil ich bin lustig. Lustig? Ja. Jetzt reindrücken. Richtig funny. Das macht keinen Sinn, oder? Ey, ich kann die Karte nicht mal auswählen. Nochmal? Ne, ich spare mal auf. Jetzt musst du überlegen drü- ah, doch nicht. Hau rein. Nö. Guck mal. Weiter. Guck mal. Guck mal, haben wir fünf, sechs da. Okay, dann nicht. Oh, ich war zu langsam. Klar. Ich war... Doch, benutzt deine Special Card. Das ist nicht die Special Card, aber okay. Nein, das macht gar keinen Sinn, was ich gerade gemacht hab. Ja, das ist dumm. Doch egal. Jetzt kann ich das nämlich sehen, sonst musst du nicht ziehen. So, dann benutzen wir das hier. Jetzt muss ich ziehen. Oh, ja. Oh, ja. Ah ja, ich bin dran. Ups, äh. Hat sich hier gelohnt. Ja. Die Fahrrad hat sich geändert. Ja, hat sich tatsächlich... Hat sich also gelohnt. Ja, warum? Ja, oder so. Ja, oder so. Ja, oder so. Schauen wir mal. Ey, 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 ey. Ich muss was hier liegen. Ja. 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 Und jetzt machst du die, äh, vier. Ne, ne, ich mach erstmal Uno. Ja, und Uno. Oh. Wir haben's. Oder auch nicht. Okay. GG. Oh, Uno. Uno. Uno, Uno. Puh. Wie sieht's aus, Mann? Ich bin so müde. Ich bin fix und fertig. Drei Uhr. Reicht. Ich hätte früher streamen sollen, als nachts um 0 Uhr. Einen Freitag, wo ich schon acht Stunden arbeiten war. Oh, es war ein echt langer Tag, Mann. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Uno wurde... Macht keinen Spaß mehr, Mann. Liebe geht raus. Ich wünsche euch ein erholsames Wochenende. Bis die Tage. Bis morgen. Ciao, meine Lieben. água hinzu... 往 Über... weg zum, mm...